Hallo zusammen und willkommen zurück bei Minecraft. Let's build together, let's vlog together mit Anduin. Grüß euch. Und Tifa, ich habe in der letzten Folge hier meinen Gang, Hauptgang, fertiggestellt und jetzt kommt der Seitengang. Was ist bei dir? Ich bin noch mit meinem Turm beschäftigt und schließe jetzt die letzte Wand beim zweiten Turm ab. Okay. So. Na gut, dann gehen wir es wieder an mit dem Turm. Ja, bin schon dabei. Und deswegen bin ich gescheiter und da gleich anständig kopieren. Zwei, vier und es geht bis daher. Da müssen wir wieder verschneiden. Ach, die Innenwände, wo die Außenwände andocken, müssen auch noch beendet werden. Hm, habe ich ganz vergessen. Ja, ja, genau. So, also. Ich bin klüger geworden und werde gleich den Copy-Befehl anwenden. Und nicht alles zuerst langwierig aufbauen. Ja, beleuchten müssen wir auch einiges. Puh, sonst wird es finster in die Gänge. Gut, und da kommen mal diese Blöcke da. So. Machst du jetzt nicht die Beleuchtung so, wie man sie es anschaut hat? Doch, aber in den Seitengängen wird es zu dunkel. Da habe ich schon. Das war ja nur das Schimmer, was man da, das war ja nur für den Hauptgang. Das war leider nur der Hauptgang, aber der Seitengang ist ja Gott sei Dank nicht so hoch. Ja, stimmt. Dadurch, dass er schmieler ist. Ist das ein bisschen einfacher. Die Wölbe kleiner. Ja. Yes, so ist es. Ja, ich mache noch eine Löcher in meinen Turm. Ach, schön. Einen Klostern zertippen. So, im Prinzip könnten wir... Das gehört schon so, ne? Kaum passt man nicht auf, ich schäfe wieder drin. Wirklich wahr. Das hier ersetzen mit Closetown. Und dann wird es auch schon heller. Stimmt's? Yes. Ja, so soll es das aussehen. Leuchtung hat was. Okay, das heißt, wir kopieren von dem Zweiten zum Letzten. Gut, hier wird der Holz zackst. Zwei ist es. Eins. Bist du ein längst los im Weg? Nein. Zwei. Es müsste jetzt fünf sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, genau. Eins, zwei, drei, vier. Moment mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh, irgendwas stimmt nicht. Ich, ich weiß nicht, irgendwie bin ich immer etwas, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Na, stimmt, äh? Na, was jetzt? Na, stimmt, stimmt, stimmt. Sicher? Ja, sicher. Ganz sicher. Ja, ich stelle mich hier in Position. Copy. 168 Glück. Kann das stimmen? Hm, war ja gleich ein. Und Paste. Na, bitte. Macht Sinn. Da kann ich ja gleich die ganzen Gänge machen. Dann kommt ein Tee hier. Stimmt. Hm? Das ist ja so witzig. Ach so, der wird beim Kopieren mitgegangen sein. Was denn? Ich überlege gerade, wo der Busch herkommt, der da auf einmal herum steht. Aber den, den habe ich wahrscheinlich, wie ich die Wand drüber kopiert habe, war der mit dabei. So, dass die Position noch passt, irgendwie, ich konnte gleich ab und schauen, ne? Mädchen, Mädchen. So, dann brauchen wir wieder mal diesen Abschlussstein, oder? Jetzt sind wir da dran. Also bis jetzt habe ich das, glaube ich, ganz gut gemacht. So, das werden wir nicht mehr kopieren, weil sonst steht das dann raus. So, das ist ja so. So, dann geht's. So, beim� Apart button. So, wenn ich das dann rauskæreite, ich glaube, was das Knight AG redet. So, dannmelden wir uns mit den Ins дома. Okay, okay, okay. Ah ja, das ist der Buch nur Pfand, würde ich mal sagen. Jui. Okay, und diesen hier noch. Ja, sehr cool. Ich denke, der erste Seitengang ist fast fertig. Bis auf das hier. Und noch 30 oder so noch. Ja, genau. Ganz wenige. Ist fast zu vernachlässigen. Kaum der Rede wird. Kaum der Rede wird. So, jetzt darf ich den Seitengang verschneiden. Lassen Sie hier irgendwas einfallen. Der ist ja auch schmieler. Genau, das heißt, wir müssen hier, wir werden das, mhm, mhm. Ah ja. Ich werde das hier gleich mit der Rückwand kombinieren. Das ist dann nix. So, ich muss hier den Schuss herufen. Ich glaube, so könnte das was werden. Ja, wenn man das Schema einmal hat, geht es ja dann super schnell. Und so Gleichkeiten dazwischen anpassen, sind wieder Käse. Hm. Ach, das hätten uns viel reagiert. Wann hätte das schon mal nicht gepasst? Fuck hätte ich jetzt gesagt fast. Na, Gott sei Dank nicht. Ja, wirklich wahr. Es steht ja vor, du hättest das gesagt. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe da nichts abgebrochen. abgebaut. So, wo kriege ich denn jetzt hier? Gott, das brauche ich. So. 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 Dann haben wir das eigentlich auch vier. Dann haben wir das eigentlich auch vier. Mhm. So. Ja, spannend. Ich glaube zumindest, dass das so stimmlos ich da fabriziere. So. Machen wir so nochmal. Machen wir die Wand da hinten fertig. Mit Fensterschäberle. Oder mit Ziegelsteinchen. Wir haben ja was anderes, oder? Na. Ja. Na. Na. So. 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 Einfach aufgefüllt. Einfach aufgefüllt. So. Tak. Tak. So. So. Mhm. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Muss schon sagen. So. 3, 4, 5. Ja, ich bin zufrieden. Eindeutig. Und da muss jetzt ein Gewölbe drauf. Im Stil von den ganzen anderen. Damit das irgendwie zusammenpasst. Hm. Gut. Nächste Herausforderung. Wir haben ja gleich wieder den normalen drinnen. Und da so ja. Haben wir da wieder 2 von denen. Nur damit ich mal weiß. Ah ja. Und da haben wir es schon. Da haben wir keine mehr. Genau. Da haben wir keine mehr. Und da haben wir keine mehr. Und da den. Ups. Ja. Da kann ich so. Mhm. So. Dann füllen wir das wieder mit der Säule. Ja. 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 So. Gut, so. Dann. Genau. Ja. Dann, dann liegt es da. 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 Geht dann so. Da wieder. Geht dann so. Und aus da. Ah, ja. Passt. Kenn mich aus. Aha. Du rechnest doch gerade. Ups. Und unten war ich. Na, rechnen tue ich nicht. Aber. So. Ich denke, ich weiß jetzt, wie ich mein Gewölbe mache. Vom Quergang. Also der, was im normalen Gang der Quer kommt. Oder? War schon irgendwie... Na. Blöd aus. Doch nicht. Doch nicht. Jetzt stimmt's. Jetzt passt's mir. Jetzt passt es mir. Ah, das nehmen wir da alles weg. Es ist eh in der gleichen Höhe im Prinzip. Und somit gornert für um. Dann nehmen wir auch, wieso alles war das? Es rennt durch das Muster, so. Okay. So. Oder... Dann... Passt. Super. Passt. Super. Passt. Super. Passt. Super. Passt. Super gut zusammen. Und auch gleich. Glaube ich. Und da können wir auch gleich besitzen. So. So. Das muss ich da noch verschneiden. Dann noch Blödsinn. So. Hoppla. Ja. Jetzt mit den rein. Dann... Da. Und zwei. Drei. So. Dann den da. Das haben wir schon erinnern. In Wahrheit ist es das gleiche. Genau. Da einer rein und da einer rein. Und wieder mit der Säule befüllen. So. So. Passt. 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 Das war zurecht. Und. Die Zwischenrein. Fehlen noch. So. Noch kurz rein. Einmal. Hoppla. Heute bin ich die, wo das Blöckchen wegschmeißt. Ah ja. Naja. Bei mir ist das bis jetzt glaube ich noch gar kein so. Irgendwo auf Holz klopfen. Haha. So. Drei mal. Dich. Dann dann dann. Dann dann. Dann dann. Dann jetzt noch einen Block. Dann müssen wir auch raus. Da was raus schlagen. Da drüben die Schaltungen beleidigen. Nicht gut. Nein. So. Dann brauchen wir den Kloster und die Glasschäule. So. Gut. Da. Wir werden es jetzt ganz gefinkelt machen. So gefinkelt es eben geht. Wir sitzen da einfach ein Halbblock hier. Mhm. Sehr schön. Du bist zufrieden. Ja. Ich bin sehr zufrieden. Jetzt hole ich mir wieder meine Holzaxt. Und wer hat sie kopieren? Ah. Okay. Mhm. Ich habe Gänge zu befüllen. Schauen wir mal. Aber einiges müsste ja schön zum Kopieren gehen. Ja. Auf jeden Fall. Ich wechsle sozusagen auf beiden Seiten dann immer wieder das gleiche ab im Gang. Mhm. Es ist sehr schön zum Teil zu kopieren. Also gibt es gar nichts. So. Ich muss nicht mehr auspassen, dass ich nichts beleidige. Ja bitte. Ja. Ganz eine blöde Geschichte, gell? Mhm. So. Wir stellen uns vor diese Säule. Copy. Bis wir hier nicht zu spannen dürfen. Und paste. Um. Und dazwischen füllen wir das Ganze jetzt aus. Perfekt. Und dann können wir ein bisschen mehr kopieren. Richtig ganze Kreuzung. So. Zwei. Drei. Vier. Und. Genau. So. Dann da unten. Mhm. Dann. Das brauche ich ja eigentlich gar nicht. Wieso? Und da unten. Ja. Und das ist nur ausführend. Oder falsche Gluck. Mhm. Das wäre dann runter und. So. Und. Und. So. Und. Und. So, dann diese hier, ich glaube ich dann auch noch, Ich habe das damals. 1, 2, ja genau. So, dann schauen wir mal. So, etwas drüber schaut weg. Genau. Und da kommt jetzt. So. Dann braucht er da so einen, so so, da, da außen haben wir den noch so angesetzt. Genau. Passt. Wenn sie da nur eins ausgeht, warum sollten wir es nicht? Dann so, und sind es. 3, 4. Und dann haben wir da, genau. Und so. Dann gehört jetzt wieder der Drunter. 3. Passt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Da passt. Ja, weil das eigentlich da drüben macht, nur mal anschauen. So, Dalle. Wir haben schon wieder eine super lange Folge hingelegt. Sind wir 27 Minuten? Stimmt, ja. Da läuft der Bauerwut. Ja. Langsam werden meine Gänge. Ich komme in die Gänge quasi. Kommst in die Gänge. Na ja dann. Na dann. So, in diesem Sinne. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja. Und wir werden das in der Zwischenzeit weiter kopieren und vervielfältigen. Denn jetzt ist es nur noch eine Kopiererei von den, bei mir zumindest, von den Gewölben. Okay. Und vielleicht, dass ich das in der Zwischenzeit oder beim nächsten Mal fertig stelle. Gut. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Liken, Teilen und schaut wieder rein, wenn es heißt, bei Minecraft, Let's Block, Let's Build Together. Ciao. Bis zum nächsten Mal.